Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder bei Renas Live dabei seid. Oh je, wenn man schon lange nicht mehr aufgenommen hat und einfach Wortfindungsstörungen hat. Ja, ich war vergangene Woche mit einer Freundin, die auch einen Jungen geboren hat und er ist vier oder fünf Wochen jünger als Jonas. Waren wir zusammen ein bisschen shoppen. Die Männer haben einen Babytag gehabt und wir waren ein bisschen einkaufen jetzt für die kühleren Tage. Und ich möchte euch natürlich gerne zeigen, was wir so oder was ich so geshoppt habe. Einmal hier oben auf der Wickelkommode liegt schon das kleine Fröchchen. Den habe ich gekauft bei Müller. Die hatten eine Aktion irgendwie auf Kinderspielzeug, Plüchtiere und sonstiges. Und den fand ich einfach sowas von goldig. Der ist halt wirklich schön klein und den peilt auch Jonas schon an und greift so ein bisschen danach. Aber der macht nicht. Das ist ein ganz normales Plüchtier. Und auch nicht erschrecken über irgendwelche Geräusche. Der kleine Mann liegt hier in seinem Bettchen mit dem Spiel, unterm Spielebogen und beschäftigt sich gerade ein bisschen damit. Also auch nicht wundern, wenn der Kleine irgendwie mal meckert oder ich unterbreche oder sonst irgendwie. Ja, auf jeden Fall waren wir zum Beispiel im C&A. Da habe ich hier den Schlafanzug gekauft. Und zwar Born in 2017 New in the World. Mega süß. Das ist sogar schon Größe 68. Also im Moment passt ihm schon 62, 68. Dann in 68 auch hier der mit Dumbo drauf. Auch ein Schlafanzug. Und dann eben im ähnlichen Stil in 62. Der passt ihm echt jetzt aktuell total gut. Also ich hoffe, er hält noch eine Weile, denn er ist super süß. Einmal diesen Body mit dem dazugehörigen Dumbo-Strampler. Total niedlich. Alles gekauft und gefunden bei C&A. Dann auch bei C&A geschoppt. Einmal das Set in 68 mit einem Fuchsbody, einem Langarm, einem Dreieckstuch und einem Höschen mit Füßchen dran. Ich bzw. wir mögen total alles so an Tiermotiven. Die sind immer total niedlich. Vor allen Dingen liebt mein Mann Füchse. Aber mir ist es echt mittlerweile ziemlich egal, ob da Frosch, ob da Eule oder sonst irgendwie was drauf ist. Oder natürlich Disney-Motive. Dann waren wir noch im STX-Family. Die hatten eine Aktion, ich glaube, auf Babykleidung 20% oder so. Und zwar haben wir vor einiger Zeit hier von der lieben Sonja dieses schöne Letzchen geschenkt bekommen. Komm, spiel mit mir. Mit einem kleinen Baby-Tigger. Und die hatten solche auch noch. Und zwar einmal hier Puh mit Ferkel. Und Ich hab dich lieb. Das ist dann Tigger und Puh. Auch total toll. Die sind hinten mit Glättverschluss und sind komplett Frottee. Also kein komisches Plastikfoliengedöns hinten auf der Rückseite, was ich immer ziemlich unangenehm finde. Dann haben wir gekauft einen Schlafanzug in 68 mit Winnie-Pooh. Aber leider hat er keine Füßchen, was aber finde ich nicht so dramatisch ist. Denn der Kleine hat dann immer Söckchen drüber und hat sowieso einen Schlafsack über Nacht an. Dann einen Schlafanzug. Den hatte er sogar schon an. Der lag aktuell in der Wäsche. Aber um ihn euch zu zeigen, habe ich ihn euch natürlich direkt mal geholt. Und zwar, ich zeige ihn euch mal so rum. Mit einem Fuchs-Bären-Baumhaus-Wie auch immer-Print. Und in, ja, wie gesagt, 62. Sie passt auch aktuell. Und in 68 eine total tolle College-Jacke. Allerdings Nachteil ist, dass das so kleine Friemel-Knöpfchen sind, die man zumachen muss. Aber auch mega cool, finde ich die. Die war sogar am Sale und hat, glaube ich, gekostet 6 oder 7 Euro. Mit einem Mützchen hinten. Und dann hat man nochmal 20% bekommen. Das war ziemlich cool. Dann waren wir noch bei C und A. Und da habe ich einen Einteiler mitgenommen. Auch in 68. Der passt aktuell bis auf, dass man die Bündchen an Ärmchen und Füßchen umkrempeln muss. Und dass die Mütze halt, die hat so Bärenöhrchen dran. Auch mega süß. Den hat er im Moment dann oft nach dem Baden an, damit er schön eingemurmelt ist. Und dann haben wir noch gekauft in 68 so ein Teddy-Fell-Einteiler. Einfach, dass, wenn man draußen ist, er schön eingemurmelt ist. Und das Tolle ist, an den Armen hat er hier so als Handschuhe quasi, dass das zu ist. Genauso hier unten die Füßchen sind zu. Fand ich schon mal mega praktisch und mega toll. Und dann habe ich sogar Handschuhe im Dreierset. Das ist aber leider eine Einheitsgröße gewesen mitgenommen. Natürlich sind die viel zu groß, auch für dieses Jahr. Aber ich dachte mir, egal. Hauptsache die Hände sind schön warm eingepackt. Denn wir haben zwar von meiner Schwägerin zur Geburt eine selbstgenähte Decke für den Maxi Cosi bekommen. Aber oftmals, wenn er so am Agieren ist, auch im Auto oder draußen, da strampelt er sich gerne die Hände frei. Und dann hat er meistens nichts drüber. Und jetzt, wo es dann kühler wird, ist das definitiv, finde ich, etwas, was notwendig ist. Und wie gesagt, wir mögen Füchse. Und dann habe ich ihm noch so eine Bommel-Strickmütze mitgenommen. Die ist auch schön gefüttert, schön warm. Ups. Mit einem Fuchsprint. Und dann hat der Kleine noch eine Hose bekommen. Und zwar in Größe 68. Auch mit so Füchsen drauf. Da steht zum Beispiel Hello, Psst und What's Up und Haha und so. Sehr cool. Und im gleichen Print, in der gleichen Größe, den passenden Pulli dazu. Ich finde, man muss nicht unbedingt beides zusammen kombinieren. Das ist ein bisschen heftig. Aber wenn man einen einfachen Pulli drüber zieht über die Hose oder eine normale, einfarbige Hose unter das Oberteil, dann sieht das bestimmt toll aus. Das war es leider schon mit der Ausbeute. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder mal ein bisschen öfter dazu, vielleicht wenigstens einmal in der Woche ein Video hochzuladen. Wenn ihr irgendwelche Video-Wünsche habt, dann schießt natürlich los und lasst es mich wissen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!